So, willkommen zu einer kleinen Update-Folge auf meinem Kanal RamsesderDicke zur Kanalmitgliedschaft. Wird vielleicht jetzt nicht alle interessieren, aber ich finde es doch recht interessant. Erstmal, wie kommt man da überhaupt hin? BisaFanTV musste mir das nochmal zeigen, wie ich die Einstellungen ändern kann. Und da kommt ihr ins Spiel, was ganz wichtig ist, weshalb Mitglieder, aber auch nicht Mitglieder, sich bitte fix mal dieses Video reinziehen. Ihr müsst, wenn ihr auf eurem Kanal seid, auf Monetarisierung, da habt ihr hier diesen Bereich Supers. Da seht ihr sogar alle Spenden, die bisher getätigt wurden, was ich auch sehr cool finde. Ihr könnt euch das alles nachträglich nochmal reinziehen. Ihr seht hier auch gestern von der Spotlightstunde mit Evoli 10 Euro vom Hannes, 15 Euro vom Hannes, 5 Euro die Rampe für mehr Freestyle, 1,99, 5,49, 5,5, 5,5, hier Julchen, der, der da ist, Biala, Power Raider, alles dabei. Ihr könnt jede einzelne Zahlung, die bisher getätigt wurde, nachvollziehen. Ihr könnt sogar gucken, was das allererste Video war, wo ihr was bekommen habt. Das war der erste Chill mit Ramses Livestream am 24.01.2020 und da habe ich 1 Euro vom Prime Offiziell bekommen. Das war auf jeden Fall sehr cool, Dankeschön an Prime. Auch wenn ich ihn nicht mehr sehe, trotzdem, der macht ja jetzt mittlerweile auch selber ganz viele Livestreams und so, reagiert immer auf andere Musiker, auf Musik, auf sonst was und schaut auch mal beim Prime, Prime Offiziell oder Prime Inoffiziell vorbei. Der hat ja zwei Kanäle, auf dem einen macht er selber Musik, auf dem anderen reagiert er. So, was aber jetzt wichtig ist, theoretisch, könnte man mal alle Spenden zusammenzählen und gucken, wie viel Geld ich insgesamt an Spenden schon mal bekommen habe. Wenn euch das interessiert, schreibt es mal in die Kommentare. Ein Video habe ich schon vorbereitet, wie viel Geld ich bisher in Pokémon Go gesteckt habe. Und man könnte noch ein Video machen, wie viel Geld ich bisher durch Spenden bekommen habe. Kanalmitgliedschaft war dann also hier, habe ich ja eingerichtet, ihr seht das. Angebote für Mitglieder, wir haben also Raupi für 99 Cent. Momentan haben wir 12 aktive Mitglieder bei Raupi. Wir haben Relaxo für 4,99 und momentan haben wir zwei aktive Relaxo. Dann gibt es noch Mewtwo für 99,99. Wir haben kein Mewtwo. Wer hat schon ein Mewtwo? Wo es immer noch Leute gab, die gesagt haben, das ist viel zu teuer. Aber ich denke mir, das ist doch einfach nur gegeigelt. Andere, die bieten nur 5 Euro direkt an. 5 Euro als das Geringste. Und ihr müsst 5 Euro nehmen, egal was ihr machen wollt. Aber ich habe 99 Cent, ja. Erschwing dich. Für jeden, wer das möchte. Und 5 Euro so für die Standard-Chiller, die eigentlich immer dabei sind. Ihr habt auch alles, was die Kanalmitglieder so machen. Direkt Kommentare von nur den Kanalmitgliedern. Ihr seht hier Umsatz im September. Nichts. Ich habe ja erst jetzt hier im August damit angefangen, ihr seht. Hier, Boom. Umsatz durch die Kanalmitglieder im August. 13, 26. Kommt natürlich durch die, ähm, durch zwei Relaxos und die zwölf Raupis. Problem ist, steht hier wieder nicht dabei. YouTube, dieser Drecksack. YouTube, wir nennen ihn mal so. Selbst von den Kanalmitgliedschaften zwackt er sich einfach 30% ab. Ich kriege 70%. Selbst bei 1 Euro Kanalmitgliedschaft bekomme ich nur 70 Cent. Und YouTube nimmt sich einfach 30 Cent von jedem. So ein Bullshit. Da gibt es aber Leute, die sagen, nö, sie spenden nichts. Sie schicken mir einfach mal eine Google Play Karte. Ich habe vorhin wieder einen, ähm, den habe ich noch gar nicht eingelöst. Verdammt. Vorhin auch wieder von einem Zuschauer ein Foto bekommen mit einer Google Play Karte freigerubbelt hinten. 5 Euro drauf. Und wenn ich diese 5 Euro eingebe, dann habe ich die kompletten 5 Euro wirklich für mich. Also es gibt so viele Wege, wie man einen unterstützen kann, wenn man das möchte. Hier haben wir jetzt alle Mitglieder drin. Der allererste, der Mitglied wurde vor 6 Tagen beigedrehten vor 6 Tagen. Seht ihr alles hier. Noctzee der Dünne war das allererste Mitglied. Noah ist reingekommen. Noctzee der Dicke. Julchen, Kynarus, Biala als Relaxo auch vor 6 Tagen. Romantik dabei, Promotion, Beat Clubbing, Thomas Speck, Hannes Schröder als Relaxo, Karin Suhl, We are one, anders als du, Floobot. Das ist schön gemacht, ne? Letzte Aktualisierung. Okay, Gesamtzeit, äh, Gesamtzeit auf Stufe. Es kann ja sein, ihr, ihr nehmt mal eine andere Stufe oder ihr steigt ab oder macht sonst was. Ihr habt hier aktuelles Level, äh, dann habt ihr die Gesamtzeit und den restlichen Clubbimbel. Ich wäre auch über ein einziges Mitglied froh gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, man kriegt dadurch eigentlich keine Vorteile. Dazu aber gleich später noch was, denn hier haben wir deine Logos und Emojis, kann man bearbeiten. Und bis jetzt ist es ja wirklich so, das sind diese YouTube-Logos, die dahinter stehen. Als Noctzee reinkam, der wurde ja grün, mit einem grünen Namen geschrieben, er war ein grünes Mitglied. Weil er das erste Paket hat, ist er ein Raupi. Und trotz, dass er ein Raupi ist, wird als neues Mitglied hier dieses S-Zeichen, ich weiß nicht, was das sein soll, das ist ein Kreis mit einem S drin, das angezeigt. Ihr seht, nach einem Monat ändert sich die Farbe, wohl auch der Name. Dann ist es nicht mehr grün, dann ist es hier dieses Türkis. Das Logo ist dann hinter dem Namen immer im Chat und sein Name wird wahrscheinlich auch in dieser Farbe angezeigt. Nach zwei Monaten wird es gelb, nach sechs Monaten orange, nach zwölf Monaten pink, rosa, nach 24 Monaten knüppelrot und alle drehen durch. Wenn ich schon keine Vorteile anbiete, möchte ich aber das wenigstens irgendwie etwas individualisieren, dachte ich. Deswegen gibt es hier den Bereich auch eigene Logos hochladen. Und jetzt, das ist die Frage an euch, ihr seid gefragt, welche Logos könnten wir machen? Es ist wirklich so, egal ob ihr jetzt Raupi seid oder Relaxo seid oder Mewtwo seid, unabhängig von eurer Stufe werden diese Logos angezeigt für die Dauer halt, wie ihr dabei seid auf eurer jeweiligen Stufe. Denn sonst hätte ich ja irgendwie gemacht, dass die, die Relaxo-Stufe sind, ein Relaxo dahinter haben und die, die Raupi sind, ein Raupi dahinter haben. Aber selbst Relaxos bekommen dieselben Bilder hier wie Raupis. Vielleicht fühlt sich jemand komisch, wenn er ein Relaxo ist, aber ein Raupi angezeigt bekommt. Während ein Raupi auch ein Raupi angezeigt bekommt. Aber das solltet ihr halt wissen, das richtet sich nicht nach eurer Stufe, die ihr habt, nach dem Betrag, sondern das richtet sich nach der Dauer, wie ihr dabei seid. Lasst euch davon nicht irritieren. Ich habe jetzt kurz mal was vorbereitet vorhin, habe mir gedacht, weil das mit dem Raupi ja das Aufhängeschild war und die Leute wirklich als Raupi hier angelockt werden und ich auch Raupi für 99 Cent lassen möchte, ist wirklich, wenn man ganz neu ist, wird einfach ein Raupi angezeigt. Sinnvoll wäre das, nach einem Monat entwickelt sich das Raupi zu Safcon, nach zwei Monaten wird es ein Smetbo. Dann hatten wir gesagt, wie kann es dann weitergehen? Dann gibt es plötzlich Honliu und Kokuna und Biber. Es wurde vorgeschlagen, ach wieso, mach doch dann einfach Shiny Raupi, Shiny Safcon und Shiny Smetbo. Wie findet ihr die Idee, dass das höchste, was man erreichen kann, dann also ein Shiny Smetbo ist? Raupi ist halt cool und dann ein Shiny Raupi nach sechs Monaten, wenn man schon länger dabei ist, dass das Pokémon von vorne wieder anfängt, aber wertvoller ist. Oder sagt ihr, nee, das reicht, wenn man Raupi, Safcon und Smetbo hat und dann wandelt sich dann in was ganz anderes. Nach sechs Monaten könnte man dann im Prinzip als Relaxo angezeigt werden. Nach zwölf Monaten könnte man ein Mewtwo sein und nach 24 Monaten zum Beispiel ein Shiny Mewtwo oder wie hier in diesem Beispiel ein Shiny Rüstungs-Mewtwo. Das ist alles frei wählbar, wie gesagt. Ihr könntet mir auch sechs ganz andere Dinge vorschlagen, die ihr haben wollen würdet. Vielleicht hat jemand Logos, die sinnvoller wären. Sie müssen halt, es wäre schön, wenn die irgendwie zusammengehörig wären, aber sich irgendwo steigern. Man hätte auch nach dem Smetbo ein B-Bo direkt machen können, dann ein Tau-Boss und danach ein Lugia sozusagen. Dass das halt ein Schmetterling wird, dann wird es vom Schmetterling zur bösen, aggressiven Biene, die ist schon ernster zu nehmen. Dann wird es von der Biene zu einem großen, brutalen Vogel aber, weil es immer noch fliegt und dann zu einem legendären Flug-Pokémon. So eine Kette wäre auch möglich. Oder ihr habt ganz andere Dinge. Was weiß ich? Ihr fangt an mit Potrott und werdet dann ein Kuddel. Und dann werdet ihr ein Turtok und dann ein Megaturtok. Und das war's. Nein, keine Ahnung. Am Ende seid ihr Ditto. Man kann auch mit Ditto anfangen. Es gibt bestimmt so viele Möglichkeiten. Wir haben sechs Stufen und ich brauche für sechs Stufen sechs Vorschläge. Um die Bilder kümmere ich mich selber, das ist kein Problem. Da suche ich mir PNG-Dateien. Grüße trotzdem nochmal an FloBot, der da Bilder extra malen wollte und auch teilweise schon gemalt hat. Aber ich glaube, wenn ich das so einfach reinnehme, das passt auf jeden Fall besser. Ich wünsche mir also von euch ein paar nette Kommentare mit euren Vorschlägen, welches sechs Logos ich in der Reihenfolge machen könnte, die die Zeit der Mitgliedschaft verdeutlichen. Dass man wirklich mit einem Raubi anfängt, ist ja eigentlich eine coole Sache. Und dass das Raubi sich weiterentwickelt. Aber was kommt nach Smetbo? Oder fängt man dann wirklich mit den Shinies an? Shiny Raubi bis Shiny Smetbo. Oder habt ihr bessere Vorschläge, andere? Schreibt es einfach mal rein. Mich würde es interessieren. Und nochmal für alle, wenn ihr also Bock habt, auch Kanalmitglied zu werden. Hier ist also der Link zur Kanalmitgliedschaft. Der steht auch unter dem Video in der Beschreibung. Der steht eigentlich unter jedem Video in der Beschreibung. Und die Leute fragen immer, was habe ich davon? Ich habe es vorhin aber auch, ich habe es meiner Mutter vorhin schon mal erklärt, nochmal, was eine Kanalmitgliedschaft überhaupt ist und wie das ist. Am Beispiel von Unge. Unge zum Beispiel, richtig großer Streamer natürlich. Bei dem habt ihr vielleicht eine... Die günstigste Mitgliedschaft, die es da gibt, ist dann halt 5 Euro. Da gibt es nichts drunter. Und ihr habt Vorteile, wenn ihr Mitglied seid. Weil ihr bei ihm zum Beispiel nur schreiben könnt im Chat, wenn ihr Mitglied seid. Der Chat ist nur für Mitglieder aktiviert. Das heißt, wenn ich auf Unges Kanal gehe, ich kann zwar alles sehen und lesen, aber ich kann nichts in seinen Chat reinschreiben. Da der Kanal, da der Chat nur für Mitglieder aktiviert ist, könnte ich auch so machen. Dann hätte ich nur noch 14 Leute, die in den Chat schreiben können. Die Leute werden dazu genötigt, Mitglied zu werden, selbst wenn sie 99 Cent bezahlen. Bei über 2000 Abos, jeder gibt 1 Euro, ist für den Einzelnen nicht viel. Dann hätte ich 2000 Euro im Monat. Nur durch die Kanalmitgliedschaft und dadurch, dass ihr 99 Cent zahlen müsst, dass ihr den ganzen Monat schreiben könnt, was ihr wollt. Das klingt eigentlich richtig genial und verlockend. Aber auf der anderen Seite habe ich es schon zum Mom gesagt, dass ich in dem Sinne mich ja nicht verkaufen möchte. Ich möchte ja trotzdem eigentlich keine exklusiven Inhalte anbieten. Manche sagen auch, bestimmte Videos sind nur für Mitglieder sichtbar. Die sehen normale Leute nicht. Sie verpassen all sowas. Sie müssen Mitglied werden, damit sie alles sehen. Bestimmte Livestreams sind nur für Mitglieder. Du musst Mitglied sein, dass du da dabei sein kannst. Du musst Mitglied sein, um schreiben zu können. Du musst also wirklich Geld bezahlen, dass du was geboten bekommst. Ist ja vielleicht jetzt nicht ehrenlos. Ist ganz normal. Jeder will Geld verdienen. Jeder will was für seine Arbeit bekommen. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, und ich sehe es auch noch nicht kommen, möchte ich mich davon komplett distanzieren. Deswegen gibt es bei mir eigentlich keine Vorteile. Jeder darf in den Chat schreiben, egal ob ihr Mitglied seid oder nicht. Ich möchte, dass jeder seine Meinung abgeben kann. Ich möchte, dass jeder jeden Stream sehen kann. Ich möchte, dass jeder jedes Video sehen kann. Ich will mich zeigen. Ich will mich präsentieren. Ich will das, was ich mache, dass das einfach jeden erreicht. Und nicht nur ein paar sehen das. Und die anderen müssen kaufen, damit die das sehen. Deswegen, es gibt in dem Sinne keine Vorteile durch die Mitgliedschaft. Ihr könnt aber euch auf diesem Weg erkenntlich zeigen oder bedanken, wenn ihr das möchtet und einen unterstützen möchtet. Deswegen, wer eine Mitgliedschaft macht, sehr ehrenhaft auf jeden Fall. Coole Sache. Aber es ist kein Muss. Und so möchte ich wenigstens, dass die Mitglieder wenigstens... Aua, jetzt habe ich mich schon wieder auf die Zunge gebissen. Dass die Mitglieder wenigstens für die Zeit, wie sie da sind, hervorgehoben werden. Und das schön gestalterisch anzusehen ist, dass das Raubi sich zum Smetbo entwickelt. Oder dass ihr wirklich ein Shiny plötzlich seid. Und dass das vielleicht trotzdem anderen auch den Geschmack gibt. Und die sagen, hey, guck mal, so 99 Cent, das ist nichts. Ich feiere die Videos. Ich spende öfters. Sowas ist doch auch was. Und wenn das alles wächst, keine Ahnung. Ich weiß nicht, wo es hinführt. Aber jetzt am Anfang so, es wäre total schwachsinnig, da irgendwas versuchen zu verkaufen. Macht das, wenn ihr Bock drauf habt. Macht das, wenn ihr das möchtet. Aber fühlt euch nicht für irgendwas gezwungen. Trotzdem, schreibt rein, wie eure Meinung dazu ist. Was ihr vorschlagt, welche sechs Logos könnte man basteln. Damit hier nicht mehr diese komischen, bunten Bälle sind. Diese S-Zeichen. Sondern, dass da Pokémon da sind. Unabhängig von der Stufe. Dass nur der Zeitraum entscheidet. Je länger ihr dabei seid, desto cooler ist das Pokémon, was da erscheint. Das als kleines Infovideo wirklich zu dem Kanal. Ist eigentlich interessant. Aber ich glaube, das wird, es gucken, 10% der Leute gucken sich das an. Mehr nicht. Das war es jetzt von meiner Seite aus. Wie gesagt, später dann noch die Raid Mania. Da geht es auf jeden Fall wieder richtig ab. Vielleicht kriegt man auch ein neues Mitglied wieder bei der Raid Mania. Vielleicht habe ich bis dahin schon, äh... Ja, die Raupis integriert, dass die angezeigt werden. Ich bin mal gespannt. Vielleicht kann ich ja mal was testen oder so. Kommt drauf an. Wenn ein paar Nachrichten reinkommen, kann ich das dahingehend schon anpassen. Man kann ja auch mal durchwechseln, bis die perfekte Lösung da ist. Das war es auf jeden Fall von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut. Euer Kamsus. Euer Kamsus.